Halli Hallöchen und Jey! Wir machen du! So, das sind die Bäume, die du hacken kannst. Ich die Hinterhältige. Also wir sind gleich diejenigen, die gleich verloren haben. Mit mir hat man nicht viel Hoffnung. Du, du schaffst das schon. Ihr schafft das schon. Wir haben gerade mal zwei Bäume gefunden. Ich habe nur einen Baum gefunden, den anderen hat vier gefunden. Ah, hier ist noch ein Baum. Wir suchen gerade noch. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen aufteilen, weil wir sehen uns ja. Ja, 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 ich weiß. Wir treffen uns dann wieder. Ich gehe hier Richtung diese Bömmels da oben im anderen Bömmels. Weißt du Bescheid? Hier ist kein Baum mehr, gibt es sogar noch. Wie, drei Stück auf einmal? Was? Ja, das ist schon mal bei... Oh, ich, ja. Bei Duo, so. Ah, da unten ist ein Baum. Das nimmt man einen taktisch Rückzug. Hoin! Du siehst ja, wo ich lang gehe. Du siehst ja den Punkt. Ah, wenn ich hier rauskomme. Also diese Electronics, die sind relativ wichtig, weil damit kannst du diese, ich sag mal, Super-Waffen... Wäsche. Genau. Gadgets bauen. Was wie automatische Geschütztürme oder, äh, Radar und, weiß nicht, da gibt es noch viele andere Sachen. Jetzt ist er ab, ab, der Baum ist jetzt abgefilzt. Ja, ja, ja. Ich sehe ich. Woher wir gehen? Wer der eine, der nicht da rauskommt. Äh, cool, cool. Perfekt halten. Gedrückt halten und dann, das, was du craften willst oder kannst. Kannst du dann mit der Maus draufziehen. Äh, also. Einfach, oder? Ja. Ah, okay. Ja. W-Waffenrad, ich bin da schon gewöhnt von Far Cry. Äh. Was ist Far Cry 5? Nee, nee, natürlich hab ich nicht. Achso. Aber das wär mal geil, das würd ich gerne mal spielen. Ja, das würd ich mir auch holen. Das, äh, ich hab gehört von Ben und so weiter halt, dass das, ähm, auch komplett Multiplayer spielbar ist. Also, die Mission und so weiter. Ja, ja. Das ist das schon cool. Lava. Aber ich freu mich auch auf, äh, State of Decay 2. Das ist auch komplett Multiplayer spielbar. Boah. Ich mag eh Multiplayer Games sehr gerne. Nie runterfallen, nie runterfallen. Kannst du auch runterfallen. Hast du eh kein Fall Damage. Nee, das wär kein gutes runterfallen. Ah. Dann bist du hinten bei der Lava. Nein, wir sind überhaupt nicht da. In die Orte hier. Naja, eigentlich nicht. Sieht alles fast gleich aus. Komm, hier über den, äh, den, den, den. Achso. Hier du war. Über den Baum. Hier über den Baum. Hinter dir. Hinter dir. Haben alle deine Augen drinnen. Oh, ich erfriere. Egal. Boah. Das ist alles taktisch, was ich mache. Taktisches Erfrieren, taktisches Atmen. Taktisches Erfrieren. Okay. Oh, komm, ich, ich, ich hab jetzt. Jetzt, wo er gerade über das Erfrieren sprecht. Über, über den Haul, äh, Holz, äh. Stamm kannst du rüberladen schon. Lass mich rennen. Komm gleich nochmal in Richtung dir, ne? Ja, wir können uns, wir können einmal rumlaufen, quasi. Ja. Der von zu der Mitte. Ich muss mich eh erstmal aufhören. Hey. Die ist noch. Oh, da ist noch Holz. Au. Was? Rein doch nicht ins Mikro. Alter. Was? Wurde sie abgeschossen? Nein. Was? Sei vorsichtig. Was? Was? Kann ich nicht richtig sein. Echt? Mhm. Ich hab grad geguckt. Map. Nicht weit. Oh mein Gott. Ohohohoho. Scheibeleister. Ja, ich wär fast in die Suppe da unten gesprungen. Ja, das kannst du gerne machen. Ne, das haben wir beide nix gegen, also. Warte mal, ihr habt von dem Baumstamm geredet. Nein, komm. Ah, jetzt geht schon wieder eine Zone zu unten. Eine neue Elektronik ist möglich. Aber das Entgegenlaufen ist eine gute Idee. Bin ich runter. Hier ist noch ein Baum. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Au. Ey. Oh, was? Wer wollt hat? Weil sie einspielt. Wer wollt ihr einspielt? Da ist ja Bio irgendwo hier. Alter. Schnell weg hier. Ich bin getrackt? Warum bin ich getrackt? Halper. Hier habe ich ges Chief. Ich bin hier von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht mich! Nein, warum denn jetzt hier? Warum machen die denn jetzt die Zone kaputt? Wir müssen ja schnell raus und zerfrieren wir. Oh, ich habe Fußspuren gefunden. Und Blutnache. Kann sein, wenn der vielleicht mal blutet. Ja. Jemand seine Tage. BIO! Oh! Was ist das? Das passiert mir manchmal. Ja. 16 Sekunden haben wir noch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, verdammt. Oh, du brauchst nirgendswo hochkommen mir. Oh! 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 Shit! Oh! Oh! Fuck! Oh! 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 Obwohl der Bio war sich so schön am Bückern, da hab ich gedacht, und er schießt sie jetzt, und dann ist er tot umgekehrt, weil er ja frohen ist. Bei der Zeit ist das, wenn man in einer Zone, die irgendwie zu geht oder verboten ist Feuer macht, dass das Feuer dann gleich ausgeht? Genau. Ja. Und du erst wieder schneller. Das wird uns erklären, warum ich erfroren bin. Ja. Ciao! Tschau!